Hey Baby! Geht's los? Das schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. Okay! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in unserem Kanal. Ich bin Michael von Thomas Elektronik und heute stellen wir euch den neuen Sonos Subwoofer, den Sonos Sub Mini vor. Seid gespannt, wir haben ihn dabei. Hier haben wir nun den neuen Sonos Sub Mini. Den Lautsprecher gibt es in zwei Farben, in mattweiß und in mattschwarz. Ist wirklich sehr formschön gehalten, ist rund. Von den Abmessungen her hat er eine Höhe von 30,5 cm, der Durchmesser 23 cm und hat ein Gewicht von 6,35 kg. Jetzt kommen wir zu den Anschlüssen. Auf der Unterseite des Subwoofers befindet sich der Netzanschluss, Strom und der Netzwerkanschluss. Das heißt, ihr könnt euren Subwoofer entweder direkt per LAN anschließen. Selbstverständlich ist der Subwoofer auch per WLAN einzusetzen. Hier sind vier dicke Gummifüßchen. Die sind dafür da, damit die Resonanzen nicht weitergegeben werden. Und die Verbindungstaste, zeige ich euch mal hier, die sitzt auf der Vorderseite. Diese Verbindungstaste ist dafür da, um den Subwoofer einzurichten oder halt auch wieder in die Werkseinstellung zurückzusetzen. Was natürlich sehr schön ist, dass die Kabel bündig unten abschließen. Das heißt, wir haben eine schöne aufgeräumte Kabelführung. Jetzt kommen wir zur Technik. In dem Subwoofer sind zwei digitale Class-D-Verstärker verbaut. Und im Gehäuse befinden sich zwei nach innen gerichtete 6 Zoll Force Cancelling Tieftöner. Und durch die Anbringung werden Verzerrungen verringert. Für wen ist der Subwoofer geeignet? Der neue Sonos Sub Mini ist sehr, sehr individuell bei Sonos einsetzbar. Idealerweise für die Soundbars als Unterstützung, gerade bei leiser Wiedergabe, um das Volumen einfach zu verstärken und abzurunden. Aber man kann den Sonos Sub Mini auch für zum Beispiel die Sonos One SL als Satellitensystem Subwoofer einsetzen. Man hat dann zwei kleine Lautsprecher für die Hoch- und Mitteltonbereiche und nutzt dann den Subwoofer als kraftvollen Bass. Wirklich eine total tolle Ergänzung, ein tolles Produkt. Ja, jetzt sind wir bei uns in unserem Ladengeschäft. Und ich hatte euch ja erzählt, für was man den Sonos Sub Mini einsetzen kann. Wir haben bei uns in unserer Ausstellung mal die drei Soundbars aufgebaut. Das ist hier oben die Sonos Arc, das ist die Sonos Beam und die Sonos Ray. Und natürlich kann man den Subwoofer auch einsetzen für zum Beispiel zwei Sonos One oder One SL oder auch einer Sonos Five. Es wird ganz einfach eingerichtet über die Sonos App als quasi zusätzlichen Lautsprecher. Der geht hin, kann dann den unteren Bereich abrunden. Man kann ihn über die App einpegeln, einstellen. Und wenn man in der Apple-Welt unterwegs ist, über iOS dann auch über Trueplay einmessen. Und dann passt er sich ideal dem Raum und auch den anderen Lautsprechern dann halt an. Mein Fazit, kurz und knapp, da hat Sonos wieder ein tolles Produkt auf den Markt gebracht. Ein wirklich schöner, klangvoller und gut verarbeiteter Lautsprecher, der für viele Bereiche in der Sonos Welt einsetzbar ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal, klickt auf die Glocke, damit ihr kein neues Video von uns verpasst. Und wenn ihr den Lautsprecher haben möchtet, kommt gerne bei uns in unserem Geschäft in Hamburg vorbei oder bestellt den Zapfwoofer online. Ja, dann bleibt mir nichts mehr weiteres zu sagen, als mich zu verabschieden. Viele Grüße aus Hamburg, euer Michael.